Karl X. Philipp aus dem Haus Bourbon war der letzte Herrscher Frankreichs, der den Titel König von Frankreich und Navarra führte. Er folgte 1824 seinem älteren Bruder Ludwig XVIII. Auf den Thron. Karl X. wurde 1830 durch die Juli-Revolution gestürzt. Sein Nachfolger Ludwig Philipp führte daraufhin den Titel König der Franzosen. Familie und höfisches Leben. Karl war ein Sohn des doofen Ludwig Ferdinand und dessen Gemahlin Maria Josefa von Sachsen sowie ein Enkel Ludwigs XV. Vor seiner Thronbesteigung trug er den Titel eines Grafen von Atwar. Im Alter von 16 Jahren heiratete er Maria Theresia von Sardinien, die, genauso wie die Frau seines Bruders Ludwig XVIII., eine Tochter des Königs Victor Amadeus III., von Sardinien-Pimont war. Seine Jugend verbrachte Karl mit Ausschweifungen, die von vielen als skandalös empfunden wurden und ihm und seiner Clique den Abscheu der Pariser Bevölkerung einbrachten. Obwohl es dem Prinzen an militärischer Neigung fehlte, schloss er sich zur Ablenkung 1772 bei der Belagerung Gibraltars der französischen Armee an. Innerhalb weniger Jahre hatte er Schulden von 56 Millionen Fros angehäuft, eine Belastung, die der finanziell ohnehin ausgelaubte französische Staat übernahm. Revolution und Exil Höfe 1793 verlieh ihm sein nächst älterer Bruder, der mittlerweile ebenfalls emigrierte Graf der Provenz, den Titel eines Generalleutnants des Königreichs. Nach dem Tod des Lofi, der von den Monarchisten als Ludwig XVII. gezählt wurde, beanspruchte der Graf der Provenz als Ludwig XVIII. Den Königstitel. Karl wurde von den Royalisten nun als Monsieur bezeichnet, ein Titel, der traditionell dem ältesten Bruder des Königs von Frankreich und präsumtiven Thronerben zustand. 1795 versuchte Karl, den Royalisten auf Stand in der Wendie zu unterstützen. Er wohnte als Graf von Art, war als Verbanter, nachdem ihm das Bleiberecht in der neutralen Reichsstadt Bremen verweigert worden war. Auf dem Gut Grolland, in einem zweistöckigen Herrenhaus in der Umgebung von Bremen. Hier veranstaltete er mit Gegnern der französischen Revolution militärische Übungen. Er weigerte sich aber, die Sache voranzutreiben und sich selbst an die Spitze dieser Aufständischen zu stellen, obwohl er von ihnen anerkannt wurde. Stattdessen ging er nach England und blieb dort bis 1813. Erst im Februar 1814 kehrte er im Gefolge der alliierten Truppen nach Frankreich zurück. Und zog im April in Paris ein. Restauration und Thronbesteigung Während der nun folgenden Regierungszeit seines Bruders Ludwig XVIII. war Karl der Führer der Ultraroyalisten, der Partei der extremen Reaktionäre. Als er nach Ludwigs Tod im September 1824 selbst den Thron bestieg, gewann er durch die Würde seiner Ansprache und seine umgängliche Herablassung eine flüchtige Popularität. Seine Krönung in der Kathedrale von Reims mit dem prunkvollen Zeremoniell des alten Regimes verdeutlichte jedoch, dass er sich als König von Gottes Gnaden betrachtete und nicht als konstitutionellen Monarchen wie sein Bruder. Seine ersten Amtshandlungen beruhigten noch die schlimmen Befürchtungen der Liberalen, bald aber wurde offenbar, dass Karl X. das Gewicht seiner Krone konsequent zugunsten der reaktionären Kräfte in die Waagschale werfen würde. Die Emigranten wurden für ihr konfisziertes Land entschädigt, Galikaner und Liberale waren gleichermaßen erregt wegen der Maßnahmen, die den Jesuiten und Ultramontanen Macht zuspielten. Die königlichen Prinzessinnen wurden auf offener Straße beleidigt und als Karl am 29. April 1825 die Nationalgarde inspizierte, sah er sich mit Rufen nieder mit den Ministern konfrontiert. Als Erwiderung erließ er am nächsten Tag ein Dekret, das die Bürgerarmee auflöste. Erst 1829, als das Ergebnis der Wahlen die Sinnlosigkeit von Willes' Repressionspolitik bewiesen hatte, stimmte Karl unwillig zu, eine Politik des Kompromisses zu versuchen. Inzwischen war es jedoch zu spät. Willes' Nachfolger war der Vekomte de Martignac, der sich Dekasses zum Vorbild nahm. In seiner Thronrede verkündete Karl, dass das Glück Frankreichs von der aufrichtigen Union der königlichen Autorität mit den in der Verfassungsurkunde verankerten Freiheiten abhinge. Aber Karl hatte nicht die Geduld und den gesunden Menschenverstand, die es Ludwig XVIII. erlaubt hatten, mit Anstand die Rolle eines konstitutionellen Königs zu spielen. Ich würde lieber holzhacken, rief er aus, als ein König unter den Bedingungen des Königs von England zu sein. Juli-Revolution und Abdankung Als die liberale Opposition alle Maßnahmen blockierte, die von einem Ministerium vorgeschlagen wurden, das nicht von der Parlamentsmehrheit gewählt worden war, verlor er die Geduld. Martignac wurde entlassen und Prinz Julis de Polignac geradezu die Inkarnation von Klerikalismus und Reaktion wurde ans Ruder des Staates berufen. Das unausweichliche Ergebnis war für die ganze Welt offenbar. So etwas wie politische Erfahrung gibt es nicht, schrieb Wellington, sicherlich kein Freund des Liberalismus. Das Warnende-Beispiel von James II. Vor Augen stellte Karl X. eine Regierung aus Priestern, durch Priester für Priester zusammen. Ein gewaltiger Aufruhr ging durch Frankreich, was den König nur noch starrsinniger machte. Bei der Eröffnung der Sitzungsperiode des Parlaments 1830 erklärte er, dass er die Stärke finden werde, die Hindernisse zu überwinden, die ihm in seinen Weg gestellt worden seien. Die Antwort der Kammern war ein Protest gegen das ungerechtfertigte Misstrauen gegenüber den Ansichten und dem Verstand Frankreichs. Daraufhin wurden sie zunächst vertagt und am 16. Mai aufgelöst. Das Ergebnis der Neuwahlen war voraussehbar. Eine große Zunahme der Opposition. Auf Anraten seiner Minister beschloss Karl eine praktische Suspendierung der Konstitution. Am 25. Juli wurden die berühmten vier Juliordonanzen ausgestellt, die der unmittelbare Auslöser der folgenden Revolution waren. Die Vorkehrungen, die Karl für den Fall von gewalttätigen Ausschreitungen getroffen hatte, waren völlig unzulänglich. Marshal Marment, der die verstreuten Truppen in Paris kommandierte, hatte keine Befehle erhalten außer einer scherzhaften Anweisung des Herzogs von Anguleme, sie zu bewaffnen, für den Fall, dass ein paar Fenster zu Bruch gingen. Zu Beginn der Revolution hielt sich Karl in Saint-Cloud auf, von wo er sich bei Erhalt der Nachricht von den Aufständen erst nach Versailles, dann nach Rambouillet zurückzog. Karl verstand so wenig von der Ernsthaftigkeit der Situation, dass er, als die lakonische Meldung »Alles ist vorbei« eintraf, glaubte, dass der Aufstand niedergeschlagen sei. Als er die Wahrheit erkannte, dankte er eilig zugunsten seines Enkels Henry de Atwater, des Herzogs von Bordeaux und Grafen von Chambord. Ab und er nannte Louis-Philippe, Herzog von Orleans, am 30. Juli zum Generalleutnant des Königreichs. Als Louis-Philippe die Krone annahm, vermied Karl eine Eskalation des Konflikts und vollzog einen hürdevollen Rückzug mit seinem Gefolge zur Seeküste, begleitet von Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Abgesehen von der Beobachtung seiner Bewegungen tat die neue Regierung nichts, um seinen Abzug aufzuhalten. Bei Meintenon trennte sich Karl vom Großteil seiner Truppen und zog mit einer Eskorte von 1.200 Mann weiter nach Cherbourg, wo er sich am 16. August nach England einschiffte. Für eine Zeit lang kehrte er in den Holyrood Palace bei Edinburgh zurück, der zu seiner Verfügung stand. Später ging er nach Prag und Ende Oktober 1836 schließlich nach Gürz als Gast des Grafen Johann Baptist Clemens Alexius Anton. Graf Coronini von Kronberg. 17 Tage nach seiner Ankunft in Gürz starb Karl X. Am 6. November 1836 an der Cholera und wurde am 11. November 1836 im Kloster Kostaniewicz zuletzt nur Ruhr gebettet, wo er noch heute in der Bourbon in Gruft mit fünf weiteren Familienangehörigen und einem getreuen Ruht. Titel Graf von Atwa, Herzog von Anguleme und Père von Frankreich. Graf von Limoges und Père von Frankreich. Herzog der Auvergne und von Merchueur und Père von Frankreich. Marquise von Pompadour und Vizegraf von Touraine. Schlossherr von Cognac und Bagatelle. Herzog von Berry, Chateauro und La Mairey. Graf von Argenten und Pontioi und Herr von Henrich Jemont. Marquise von Maisons. Graf von Poitou, Baron von Pekini. Graf von Saint-Valerie und R.O.C.D.K. Baron von Domart. Kolonial-General des Saint-Suisses-E-Grissens. Kolonial-General de Garde Nationale. Nachkommen. Karl hatte 1773 Maria Theresia von Sardinien geheiratet, mit der er folgende vier Kinder hatte. Louis-Antoine de Bourbon, D.U.C. Dang Aume. Lemnis-Karte 1799 Prinzessin Marie-Therese Charlotte de Bourbon, Tochter von König Ludwig XVI. Sophie, Charles Ferdinand de Bourbon. Lemnis-Karte 1816 Prinzessin Maria Carolina von Bourbon, Sizilien Marie-Therese.